Hallo, mein Name ist Yves Stöbel-Richter und ich bin Professorin für Gesundheitswissenschaften an der Fachhochschule Vittau-Görlitz. Ich möchte mich mit Ihnen in diesem Modul mit der Frage auseinandersetzen, sind wir glücklich? Und anschauen, welche Faktoren und Bedingungen brauchen wir zum Glücklichsein? Inwieweit sind es gesellschaftliche Bedingungen, die notwendig sind, damit wir glücklich sind? Welche Rolle spielt die deutsche Einheit in unserem persönlichen Glücksempfinden? Brauchen wir die deutsche Einheit, um heute glücklich zu sein? Oder ist das, was vor 25 Jahren passiert ist, eigentlich inzwischen kalter Kaffee? Als Forschungsfrage für den heutigen MOOC habe ich Ihnen die Frage, sind wir glücklich? mitgebracht. Und ich möchte diese Frage ein bisschen an einer Studie aufhängen, mit der ich mich seit ungefähr zehn Jahren beschäftige. Das ist die Sächsische Längsschnittstudie und diese Studie begleitet Personen, die inzwischen um die 40 sind, auf ihrem Lebensweg. Wir haben also die Personen jedes Jahr befragt oder befragen die jedes Jahr und stellen fest, dass also diese Personen auch sehr stark natürlich ihr Lebensglück von den Umständen, unter denen sie leben, von den Gegebenheiten, die sie nach der Wende bewältigen mussten, abhängig machen. Und ich möchte sie auffordern, nicht nur zu schauen, welche Ergebnisse bringen diese Studie, sondern auch selber mal ins Überlegen zu kommen, was ist für mich eigentlich Glück. Und ich möchte sie gucken. Vielen Dank.